1.30 Uhr Ja, also weisst du, jetzt ist es halb 1.00 Uhr. Wir haben ja wieder so Hunger. Was wir rufen, was wir rufen nennen, ist der Staubsauger. Denk dran. Ja. Bei der Gleichheit ganz schnell ein bisschen Staubsaugen und alles. Sonst ist der Katz staubt in der neuen Wohnung. Ja! Gut, gut! 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 Jetzt fände wir an die Arbeit hin, oder haben wir zuwider an die Arbeit? Nein, wir müssen jetzt mit dir etwas essen. Ich habe dir die Suppe noch getan. Hast du ja auch meine Suppe noch getan? Ja, deine Suppe. Ah. Eine Suppe. Weisst du, dass Jamia auf dem Kühlschrank kam. Ja, ja. Die Mühensuppe. Ja, manchmal. Die Mühensuppe ist erlaubt. Es hat keine Ruhe zum Essen. Ja. Oh, das kann man dann. Ja. Aber du musst ja trotzdem etwas essen. Ja, ja. Kannst du dir die Suppe aufgewärmen? Ja. Ich habe hier oben einen Vorplatz gemacht, dass ich jetzt das Bett keine zu vorne ziehen zum Ausland nehmen. Ja. 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 In dem Bett, ich sehe jetzt auch unter denen, was hieß es schön? Mit dem Bild? Weisst du, ich hatte das früher ein Kleint, das ist auch ein Untermatterat, oder weisst du was. Ein Rost, meinst du, ein Rost? Ein Rost, ja. Das ist quasi in sich schnell. Ja, jetzt tut es reich da ab. Zücker, was heißt Zücker? Von da einem Furt. Das Fuss habe ich, so ist auch nicht mehr weht. Ich sage, wir haben einen Rost. Aber wir haben einen Rost. Wir haben einen Rost. Wir haben einen Rost. Ich habe einen Rost. Ja, komm, fangen wir an. Wollen wir fangen? Ja. Wolltest du mal runter? Ja, komm, fangen wir an. Ja, dann machen wir den Schauber. Ach ja, schön. Schau dir ein Tor. Wolltest du, wir saugen es mal ab. Die Schauber, wer noch? Da staub ich dich. Ja, mehr kann es nicht mehr. Da ist sie. Ja. Da ist alles in der Operation, oder? Das ist schon vorher. Nein, nein. In der Operation habe ich nicht so etwas gehabt. Ja. 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 Ja.